Magic Shooter 4 Jungs, ich starte gleich Ja, ich bin drin Ich bin unter-happy Achso, das ist ne Wange Ah Was ist das? Er so Verspunst sie, Alter Was weiß ich nicht direkt? Ah, bald die Quetzen Kann man das mal sagen, aber er wird das bereuen, Alter Wie machst du das, dass du so nett kommst, du kannst du den Einstellungen wieder? Ich stelle das halt ein Wie du dich aber vorhin erschreckt hast, gell? Calvin Ich bin da vorhin Wurde den Nebel Wir sind nicht gestern so AHHHHH Ich hab's nicht aufgenommen, gell? Du musst das gleich nochmal anhören hier Man kann ja nicht sagen Ich darf das Medik-Deknipp nehm Ich hab die Sohne komplett genommen Uh Er hat LnD, Digga Schau, 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 schau. Eif, das Auto und fett ist nicht. Ups? Eif! 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 Aua. Danke, Hype-Partner. Ja, Add-Amboss. Jürgen nimmst auch noch. Ja, der, der. Er ist reich. Ja, holt beide mich gleich, Mann. Was soll denn der Dreck, Digga? Nein. Ja. Er ist an der Zone da verreckt. Geil. Er hat gewonnen. Ah, Kevin, du. Yeah. Kevin, du. Ich starte, ich hab den Besten. Ich starte. Das Prima-Balkon wieder da. Oh, Allah, ich hab den Besten-Loot hier. Ja, aber ich kann die auch nicht annehmen. Ja, weil wir die Runde noch nicht gestartet haben. Hallo. Ja, moin, ich bin wieder unter der Red-Map. Nein. Gar-Madon. 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 Wer will die Gar-Madon? Gar-Madon. Nee, nee. Gar-Madon, Digga. Gar-Madon. Gar-Madon. Ja, was ist eigentlich mit, ähm, mit man du meint? Ach so, du meinst mich. Ach so, ja, der zuckt halt was anderes. Mein Cousin. Ach, Gott. Oh. Hier. Oh. Objekt-Pink in 10 Sekunden. Ja, ich ruhe einfach unter der Red-Map. Irgendwas war kaputt hier bei mir. Ach so, du bist in eine Pfeiler reingekommen. Na, ja, nein. Ja, bei mir war einfach so ein Ding dann noch. So ein Jumping ganz am Boden. Was ich ja so is. Ich hab's ja meinen ersten Pill, Leute. Digga-Hö? Ja, es kommt auch noch jemand mit den 6-Roll-Card. 7? 11. 9, 9, 7. Ja. Charlie, ich hab' mir... Prima, Balkon ist noch ein Rackar, Alter. Wo ist denn der Prima, Balkon? Wer ist denn jetzt Justin, Alter? Er ist noch. Alles klar, happy. Boah, was das sagt. War's, früger. Und dein Alter würde ich noch mit Barbie-Koppen spielen. Ey, mach ich den Skull. Skull, früger. Ich hab' mir wirklich Ladybug sogar. Ladybug? Ey, Kevin. Nein, wie heißt Andere? Ähm. Justin. Nein. Ja, als erstes. Höchst? Nein, wie heißt Andere? Die Andere. Die Andere. Ach, genau, Happy, wie wärst du eigentlich? Younes. Was? Younes. So wie Younes-Zentrum. Ja, sorry, nein, ich weiß. Äh, ich hab's laufen. Ich hab's laufen. Ja, genau! Ich hab' dich von den Fenstern abgeschossen. Ich war doch ganz woanders. Ja, Mann. Der war da ganz hinten auf dem Bett, denn du kommst schon hinten. Der hat schon geiles. Kennen wir von dem. Wir kommen gleich mit dem Handy, ne? Hm. Da hab ich nicht gemacht. Irgendwie. Ja, ne. Meine Ohren. Oh, ne. 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 So. 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 Unferwerfen habe ich, also. What the fuck. Ich hab eh den Flecken für mich. Ohh, jetzt will ich meine eigenen Freunden ja eigentlich. ich habe alle vier schalter der eine smart platz nämlich gut ich bin da wo eben der eine gewonnen hat vielleicht auch da weil da ist die zone wieder ich will dass man nicht bauen kann hat man nicht gehabt würde mal sagen Kannst du es noch rein, dass man bauen kann vielleicht? Nee. Sollst du das nicht komplett hauen? Ah! Wenn er unten ist, aber schon Max bleibt. Ich glaube, der stirbt. Ah! Oh, schön! So eine fantastische Lücke. Ich habe einen Schacki. Äh, okay. Ich habe bloß mal eine Karte. Ah, da kann ich. Knapp da hinten zu der Vorstand. Du kommst doch nicht hoch. Leider. Ja. Hoch aufs Dach kannst du nicht. Dein Ehrenverschern. Ja. 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 Yeah. Ja. geil hatte ja ich habe ihn mit den holz schlag junge tschüss der koppel juniswerfer das war luftschlag ja moin ja schlupflag klar und ein hat nie alles gut sein Boah, der legt andersrum, aber ich auch. Bei mir liegt noch mal einer. Ah, Nosekin. Äh, Nosekin, er will die Fische, mag der noch haben. Ich hab verschwendet nach Fische. Die Fische gönnen 25 HP sogar und er verschwendet sie voll. Seid so, gell? Ist er lost? Ja! Der ist noch nicht mehr in unserem Chat. Ja, er ist süß, er ist ein Nosekin, er legt den Titel zu 2. Ah, das ist echt. Alter, nicht wieder dein Nosekin an. Was, was? Er, Mann, ich pick exe ihn. Wo ist er? Nein, er wird überlebt, er wird eh sterben. Anson, Anson, Anson. Anson, Anson. Äh, der ist ein Pan schon wieder, ne? Aber anstatt der Nosekin nach oben geschickt läuft. Heide, komm, wir spielen nächste Runde, dann unendlich Munition, okay, ihr Jungs. Ja. Alles unendlich an Munition. Oh, auch Maul. Nein, Bau nicht. Also unendlich Munition heißt, ihr habt unendlich Granaten, unendlich Raketenschuss, unendlich alles. Oh, holy moly, Macaroni. Ah, Kevin. Boah, Juni, für die Spiele mit, Alter. Der Kevin ist gut, Alter, gewinnt auch immer. Okay, Eide, Jungs, warte, wo ist das? Unendlich Munition. Es war, wenn mal da, gibt's jetzt, was? Was, es gibt jede Waffe. Ey, kannst du starten? Wartet, schön, geht gleich los, Jungs. Okay, dann starten wir genau jetzt. Okay, ich kann nur drauf auf, ne. Perfekt. Ja, witzig, ne? Das ist ja alles unendlich, gell? Oh, nee, ich hab sogar. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich hab gewonnen. Ich hab zähl gewonnen, Alter. Fisch, du bist unendlich, Alter. Nela, Fische, bist unendlich. Ich hab auch unendlich. Lila. Nicht Lila. Ich hab da nicht meine Ehrenspielung. Ich komm direkt nicht gegen den Tisch. Schon der Nächste, schon der Uwe, das ist einfach zu geil, Alter. Hallo? Maxi? Hallo. Sonnbaum. Oh, ja, da kommt. Tschau, Beige. Irgendjemand mit Karton rum, ja, mal. Das ist der Loste von Lost. Ja. Der Loste. Tschüssi, ey. Maxi, kennst du die alle? Ähm, was ist die? Komm jetzt weg. Okay, bin's, die. Ich hab mal verwollt schon, ne? Ja, okay, wie viel jetzt einfach ne epische Waffen? Unendlich. Ich hab unendlich. Schat, schat. Aber von Fisch hat man so oder so unendlich. Guck mal. Einfach werfen. Wo sollt ihr denn runnen? U-Bahn, ne? Oh mein Gott. Ey, der guckt mich gerade zu. Nein, ich hab gewonnen. So. Ja. Ja. Ja, aber nee, wir haben immer neu gestartet oder so. Wir zocken nur noch U-Bahn-Fight und wir haben auch Bowling, wir haben PG vorhin gezeigt. Wir spielen auch mit, ich spiele mit, sie waren immer neue Leute nachher. Das bockt sich an, dass so, man. Zocken alle U-Bahn-Fight, das bockt sich. Ja, komm jetzt auch wieder rein, ich geh spiele, chat. Ja, äh, Ding, ja, ich hab dich eingeladen, Ding, komm spiele, chat. So, Jungs, seide. Ähm. Loh. Hain, was hier mit Ballon unterwegs? Ballon unterwegs. Ähm. Ich sag ihm mal, komm. Ja, die ekligste Waffe. Er hat die ekligste Waffe. Ja, er hat unendlich. Er hat die ekligste Waffe, Mann. Ich kicke einfach schon mal, der hat doch unendlich statt. Ich hab auch gesagt, ich hab gewonnen. Äh, jetzt ist Justin auch drinne. Ey, ey, Happy Tale, kannst du mal ein paar kicken? Also Justin, der will ich auch. Was ist das? Der will kicken. Geil, was hab ich gemacht? Na, nicht kicken, bitte. Äh, Justin, dieser Justin 05. Spielt der U-Bahn-Fight mit gerade? Ja. Okay, lass ihn einfach drinne. Nein, wenn der U-Bahn-Fight mit spiel, ich kicke nur Leute, die nicht U-Bahn-Fight mit spielen. Ich komm noch rein. Ich spiel U-Bahn-Met-Met. Ja, wenn du sie spielst, dann ist alles in Ordnung. Ähm, Happy, ich schick dir noch Kusnake, ah. Na, super cool. Ne, okay. Ah! Hä, wir sind doch befreundet, oder? Kevin. Digga! Kevin? Jonas, mein Bruder sagt jetzt was. Digga, er hat... Was? Ja, da, gut, ey. Du kannst du es. Du kannst es mal mit dir nicht. Was ist... Ach so, ja, kannst du machen. Was ist Ding, Ada? Ja, jetzt bin ich doch nicht. Ich muss ihn zuschauen. Ich muss ihn zuschauen. Ja, meinst du diesen Not-Kill oder was? Ja, die Säge, ich sag's, kein Schuss, kein Schuss, kein Schuss, kein Schuss. Essener Sohn. Junge, alle spielen überfältigend, das ist so geil, Alter. Hey, wir haben den Rekord gebrochen, glaube ich, oder? Oder wie viele Leute sind wir? Hä? Wie viele Leute sind wir insgesamt? Shit. Das ist Fake. Das ist schon sehr einfach an. Sag dir das. Fake zu mir nicht. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist doch nur... Hey. Junge, ey, okay, jetzt ist Renegade tot. Ist doch nicht so geil, Alter. Ja, okay. Ja, 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 ja. Warte, bitte, bitte nicht den Fisch. Ich würde es noch kurz aufmachen. Und dann noch mit einer grauen Eier. Du bist doch einfach Schini. Oh mein... Hallo, früher Balkon. Ja. Ich würde auch einfach nehmen, Herr Wegling, wo auch mit uns da... Ja. Nimm doch lieber... Äh, für den Rekord, sonst. Ja, ich bin doch so schnell wie alle. Du musst runter und mit links runter. Nein, 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 nein. Geh runter, geh runter. Jetzt rechts. Geradeaus. Nein. Geradeaus. Rolltreppe runter. Rolltreppe runter. Jetzt geradeaus. Da lang, ja. das leben nur noch ist ein 1 gegen 1 der fisch der rumbach ich habe hier so einen geilen loot gesehen und danach nicht gestoppt jungs und nicht bei mir ist gerade die beste ah, die soll nicht zu weit boah geil oh mein Gott ich habe nur, ich habe nur die loot ey bei mir wackelt in der komment und ich fachs fachs ineinander rum Eben wir haben das ja ein Ding das ist nur ein Baktor Herr hat sich die Leute, ich kann wieder meinen Sporn Ich hab nur Müll los Hey, warte, 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 ist Chat-Tap leer? Das ist unendlich Nein Chat-Tap ist nicht unendlich bei mir Ja, Digga Ah, wo geht sie raus? Wo ist sie raus? Nimm gleich den Rest Oh, Möwe Wo seid ihr? Ich kann nicht, gell Ich wurde so gesandwicht Ich hab gerade eine richtig gelasert Machen ohne Sandwich schmeißen nochmal nach Hey Jungs Ja? Ich mach jetzt ne Neuerung rein Es ist nicht bei mir so hart Ah, wir machen Internet durch Ich hab ja auch kein YouTube benutzt Ich hab nur gelernt Digga, ich will nicht diesen Renegade zuschauen Ich hab nur meine AFK Ja, was ist? Ey, schaut mir eigentlich gerade zu Also Primer Balkon Ich Also ich guck mit halbe Primer Balkon Äh, mach so ein Balkon hier so sauber, ey Ach, mach ne, ich wäre immer AFK Ist fast da Warum ist der drinnen eigentlich? Das nervt sich Ey, soll ich mal mit Minigern? Komm, ich mach mal Minigern Ich mach Minigern Ey, wo soll ich lang? Fliegen in der Zone Ich weiß nicht, wo es lang geht Fliegen in der Zone Dauner Ich bin schon in einer Zone Ich hab und Ich bin schon in einer Zone Ich hab und Ich hab ja niemand mit Zettpack fliegen Wie viel geht dein Leben noch? Wie viel geht dein Leben noch? Wie viel geht dein Leben noch? Also 4 Leute leben noch mit dir Also 4 Leute leben noch mit dir Ja, jetzt Weil einer das ganze nur auch war Ja, da ein dieser Klang, der Glück hat nur die Bolle Ja, er mit deinem Leben Mini, ganz echt scheiße Er kann man mitbauen machen Kann man mitbauen machen Es gibt kein Bauen, den Ding Er kann es einstellen Oder er wird sie Ne, es gibt nichts können wir kurzen neuerungen hier rein machen und so jungs ich wollte kurz eine neuerung und zu rein machen und so ich bin doch der schaffer ja dieser map und sogar da machen wir so dass ich denke ich habe nur dieses dieses schwert da okay also ich bin sozusagen wie so ein antwort so zu sagen ist es nicht mehr wenn die müssen mich halt auch also ihr könnt schon gegeneinander kämpfen aber ich will sozusagen wie so ein antwort seit wisst ihr was ich meine dieses schwert habe ich nur halt wisst was ich meine wir sollten wir sagen okay dann halt also jetzt geht auf diesen ding also wenn ihr einen blauen ding diesen blauen motorrad skin sieht dann ist es der mit dem schwert doch die dürfte nicht gehen die dürfte mich killen und ist der ding ist ich habe halt das schwert dann aber er hat der weg das gut war ein gutes glut ne gutes glut schlägt man die machen wir haben aber auch mit so einem mit so einem ball ja ja jetzt erst auf einmal hey man kann mit dem ball nicht in Ruhe was ist das man könnte ich zack zack so ein einziger fisch und einziger fisch läuft dort von mir weg jetzt ich habe mich an der baustelle kräft 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 das ist ich denke ich bin mit wug 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 oh shit lecker 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 wie soll ich denn hier mit pinken Ich scheiße mir nirgern! Boah digga, er hat besten Loot Ich war ehrlich gesagt, er hat besten Loot Ich hab auch das erste Loot Aber ist ja auch unendlich? Ist ja auch unendlich? Ich sag, dass Prima-Balkon gewinnt Ich sag, Prima-Balkon gewinnt 20 Euro Ey, Winn, hab ich heute einen Sperbwertschiff von euch gegeben? Ja, endlich Der Tannenbaum lebt noch Hey, warum bin ich hier unten? Wie komm ich jetzt hier raus? Hey, okay, toll, ich bin durch Wo? So Ey, ey, Calvin, Calvin, guckst du mich grad so? Ja Du sagst ja, wenn ich die Runde gewinne, was krieg ich dann? Nee, nix